so wohin geht's also forschungsstation ja genau da gehen wir hin ok das ist der ziel hörnur und vertrauch eins sie ist nicht funktionsfähig pathfinder kein wunder nachdem sie so lange ohne strom war wir hatten nicht mit solchen bedingungen gerechnet wie auch komm ich auch nicht rein die tür wird zwar durch ein notstrom system versorgt ist aber mit einem code schloss versehen anlage 1 hat individuelle sicherheits codes ausgegeben jeder außenposten wird autark verwaltet und stellt eigene protokolle auf sagt doch einfach dass wir sie ohne die codes nicht öffnen können ohne die codes können wir sie nicht öffnen und was sind die codes ich glaube da hinten ok diese analyse liefert uns wichtige forschungsdaten pathfinder wenn sie durch scans weitere dieser daten erfassen können wir neue technologien und upgrades für beispielsweise ihre waffen und panzerung entwickeln hat es noch was hier drin ich habe einen code schlüssel gefunden ich habe einen code schlüssel gefunden der müsste uns helfen rein zu kommen mhm lock wir haben heute den ersten kolonisten verloren der sturm kam wie aus dem nichts lockley hat versucht unsere pflanzen bei den halt verloren er wurde einfach weggerissen seine frau ist noch im kälteschlaf vielleicht weiß ich ja was ich hier sagen soll wenn sie sie irgendwann wecken ok gehen wir da um die haupttür wurde mit energie versorgt die innen türen aber nicht für die volle funktionsfähigkeit der anlage wäre eine aktive energierelais station erforderlich das bedeutet dass die antenne auch keine energie hat vielleicht verraten uns die loks was mit dem energierelais los ist hehehehe hallo da ist nix Forschungsstation Ein Behälter Eisen Armefell Ok Und so war das Ich habe ein partielles Lock, kann aber die Antenne nicht einschalten. Etwas blockiert die Energieversorgung. Die Ursache ist eine externe Sperrung. Die Ursprung liegt in einem nahegelegenen Energie-Relais-Turm. Dann sind wir also nicht die einzigen, die sich dafür interessieren, was hier passiert ist. Sehen wir uns diesen Relais-Turm mal an. Ok Hier kommen wir nicht rein Na dann gehen wir raus Sehen Sie sich das an. Dieser Ort ist eine Ödnis. Die Strahlung in der Atmosphäre von Eos erzeugt eine lebensfeindliche Umgebung. Strahlung? Unsere Anzüge schützen uns doch davor, oder? In Anlage 1 gibt es Schildmasten, die das Ausmaß der Kontamination dämpfen. Und was ist, wenn wir uns außerhalb des sicheren Bereichs von Anlage 1 aufhalten? Das wäre nicht ratsam Ok Aha Aha Wohin geht es jetzt? Ja, immer noch hier in der Erde, hm Dieses Bauwerk da vorne, was ist das, Sam? Es entspricht dem Profil einer Energiereleis-Station, Paten Diese Schildmasten bieten Schutz vor der Strahlung, werden aber nicht mehr lange halten Sehen Sie sich die Chargen-Nummer an. Der Außenposten hat schon eine ganze Menge davon verbraucht Partfinder, diese Tür ist versperrt. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen Ich glaube, wir fahren gerade vor, oder? Hm Dann war das wohl kein Catch-Shift Die klopfen nicht an Hier sind Leute? Wir dachten, alle wären längst weg Natürlich dachten sie das Und jetzt verziehen sie sich Finden sie ihr eigenes Bergungsgut Hier ist besetzt Ach, die Leute Sie sind also ein Bergungsgutsammler Haben sie einen Namen? Ich heiße Ryder Clancy, ich verdiene ehrlich Geld in dem... Moment Ryder? Wie der Pathfinder? Die Nexus kann EOS einfach nicht in Ruhe lassen, was? Egal wie oft sie hier unten scheitert Ich verfolge ein Signal, dass EOS helfen wird Ich benötige lediglich Strom für die Antenne Ich habe die Energie nicht grundlos abgedreht Die Cats sind heute auf Patrouille Wenn sie das Energie-Relais einschalten Wissen die, dass hier unten noch ein saftiges Ziel am Leben ist Ist es klüger sich zu verstecken und zu hoffen? Oder ein Risiko einzugehen, das vielleicht die Rettung für den ganzen Planeten bedeutet? Ich erinnere mich an die Zeit als Leute so geredet haben Okay, ich aktiviere die Generatoren da draußen Wenn Sie den Tiger reizen wollen, bitte sehr Okay Machen wir uns bereit Sobald wir die Generatoren starten wird es vermutlich ziemlich ungemütlich Und kein Generator Die Startsequenz ist fehlerhaft Manuelle Eingabe erforderlich Verdammt Scannen Sie bitte einen der Pylonen So kann ich einen Zugangspunkt identifizieren, den wir hacken können Möglicher Zugangspunkt zur Generatorensteuerung ermittelt Ich habe die Position gekennzeichnet Der Generator ist aktiv Sam Unser Freund Clancy Hat er dem Außenpostenteam angehört? Nein Pathfinder Dem Unterlagen der Nexus zufolge ist er im Hangar stationiert Und was macht er dann hier? Spenster etwa die Arbeit? Vielleicht betätigt er sich ja nebenbei noch als Bergungsgutsammler Das sieht nach Bergungsgut aus Und es ist neu Höchstens ein paar Tage alt Ist etwa noch jemand hier? Wir haben Gesellschaft Wir haben Gesellschaft Okay Da kommen die 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 In der Mitte Sie haben nicht übertrieben, was die Kett betrifft. Die Energierelaisstation ist bereit zur Aktivierung, Pathfinder. Okay, wohin geht's? Da doch. Ach was? Nehmen Sie sich, was immer Sie wollen. Trotzdem, ein kleiner Rat. Wenn Ihr Signal außerhalb des sicheren Bereichs liegt, benötigen Sie eine Fahrgelegenheit. Eine Fahrgelegenheit? Shuttles machen bei diesem Wind keinen Spaß. Sie brauchen Räder. Ich glaube, da steht noch eine Kleinigkeit im Lager. Und Sie haben es hier nicht genommen? Sie sind noch nicht dazu gekommen, Sie zu bergen? Ich habe es versucht. So einfach ist das nicht. Aber für einen Pathfinder ist das wahrscheinlich leichter. Wir gehen zu unserem Shuttle. Wenn Sie so weitermachen, finden wir bei unserem nächsten Besuch vielleicht nicht nur Bergungsgut. Bringen Sie sich in Sicherheit. Passen Sie auf sich auf. Ab jetzt übernehmen wir. Die verrückte Blaue wird Ihre Teile wohl bei jemand anderem kaufen müssen. Die verrückte Blaue? Ja. Also, Energieversorgung. Wir sollten jetzt auf alles in Anlage 1 Zugriff haben, oder Sam? Korrekt. Ich habe außerdem die Quelle des Signals geortet, das wir im Orbit entdeckt haben. Es kommt von einem großen Alien-Bauwerk außerhalb von Anlage 1. Es ist dem sehr ähnlich, welches Ihr Vater benutzt hat, um die Atmosphäre auf dem vorherigen Planeten zu verändern. Das sollten Sie sich vielleicht einmal ansehen. Definitiv. Das könnte eine heiße Spur sein. Das sollten wir uns unbedingt ansehen. Hört, hört! Noch eine Warnung. Die Strahlungsbelastung außerhalb der Umgebung von Anlage 1 liegt im kritischen Bereich. Ohne zusätzlichen Schutz können Sie nicht weitergehen. Noch ein Grund, um herauszufinden, ob dieses Alien-Bauwerk diesen Planeten verändern kann. Los, wir sollten dieses Fahrzeug finden, das Clancy erwähnt hat. Jetzt, da die Stromversorgung wieder hergestellt ist, können wir die Gebäude in der Nähe untersuchen. Das machen wir gerade. Das machen wir gerade. Oh, da ist doch was drin. Sonderanforderung. Geländegängiger Späherover. Ein Nomad. Sechsradantrieb. Jetfags. Genau das, was Sie brauchen. Die Initiative hat davon nur ein paar gebaut. Das muss Clancy gemeint haben. Die Kiste benötigt einen Zugangscode von einem Aufklärungsposten. Aufklärungsposten sind Kontrollpunkte zur Notfallversorgung. Mehrere davon befinden sich zurzeit im Orbit. Ich kann einen anfordern. Suchen wir eine gute Stelle dafür. Na sowas. Das Forschungszentrum des Außenpostens ist noch intakt. Ich informiere die Tempest über diese bedeutsame Entdeckung. Die Forschung war für die Initiative schon immer von entscheidender Bedeutung. Und wir werden auch hier nicht auf Sie verzichten können. Diese Technologie ist der Schlüssel zu unserem Überleben in Andromeda. Sie ermöglicht es uns, Neues zu erschaffen. Es gibt offenbar jemanden, der diese Einschätzung teilt. Dieses Forschungszentrum wurde erst kürzlich zur Überwachung des fremden Signals genutzt. Das gibt uns die Mittel, die Quelle zu finden. Und vielleicht auch den, der sonst noch danach sucht. Okay. Okay. Was haben wir hier? Also, man sehe ich auch mal. Okay. Die Forschungsstation ist wieder online. Ich habe eine Liste von Waffen erstellt, die wir mit den erforderlichen Komponenten herstellen können. Benutzen mal. Forschung. Und Waffen. Plan. Plan. Planitol. Nein. Abwarten zu. PlanCO2. Planlaus. Planlage. Plan rendre. PlanườDR. Plan cuộc. Neue Bolzenabreise Also lesen wir das auch. Leitender Vorarbeiter Adriano von Esca Habe heute die neuen Bolzen für den Unterschlupf ausprobiert. Nur die Zeit wird zeigen, ob sie erhalten, wenn der nächste Strom über uns hinwegfegt. Zumindest dürfen diesmal die Einzelteile leichter zu finden sein. Shorty will eine Evakuierung zurück zur Nexus und sagt, zu viele Kett, nicht genug Wasser. Keine Hoffnung, lieber verkaufe ich Feuerräte und schlafe am Deck, als noch eine Nacht wach zu liegen und den Stürmen zuzuhören. Kann nicht behaupten, dass er Unrecht hat. Nachdem ich drei Männer durch die Kett verloren hatte, wollte ich auch von hier weg. Aber ich habe ihn gefragt. Was ich mich gefragt habe? Was hat die Nexus Pionieren zu bieten? Ist Eos nicht das, wofür wir uns verpflichtet haben? Doch ist es. Er muss. Hm, ok. So, da ist nichts mehr. Haben wir ihn noch. Ah, ok. Nicht gut. Ein Aufklärungsposten muss den Zugangscode haben. Wir müssten nur einen anfordern. Wofür ist das? Kommen wir hier rein? Ah, ok. Wofür ist das? Ich habe ihn jetzt raus. Ah ja! Und ein Tümmel. Datenschlüssel Terry Frakes Techniker Anna Fartingale Sie haben die Nationen schon wieder gekürzt. Heute Abend gibt es Suppe mit ein paar Crackern für jeden. Hoffentlich sind wir morgen nicht so hungrig, um das Südgebäude abzustützen. Aber sonst können wir nichts tun. Keine Lebensmittelsuche, weil das Wasser schlichtweg tödlich ist. Keine Landwirtschaft bei dem Wind und die Nexus kann nicht gleichzeitig uns und sich selbst versorgen. Nein, gar nicht darüber nachzudenken. Es wird gesagt, wir sollten auf die Nexus zurückkehren. Aber wenn wir keine Antwort finden, wer dann? Wir haben es gewagt, unseren Fuss hierher zu setzen. Wir waren die Ersten und ich und Theo haben geschworen, durchzuhalten, selbst wenn wir die Letzten sind. Okay. So viele Schwierigkeiten und die Kolonisten haben trotzdem nicht aufgegeben. Sie wussten nicht, was sie erwartet. Niemand hatte es ihnen gesagt. Sam und ich hätten ihnen helfen können. Sowas kommt nicht nochmal vor. Da ist was runtergekommen. Ich wollte das fahren. Lade den Zugangscode für die Nomad-Kiste herunter. Dann holen wir mal da. Ausstattung. Aha. Ich kann meine Ausstattung wechseln. Ich habe Gewicht. Was kann ich denn wechseln? Habe ich schon. Habe ich schon. Panzerung. Das ist alles Initiative 1. Könnte ich auch wechseln. Aha. Nicht noch nicht. Noch nicht. Und dann. Kremner. Uh huh. So. Hallen wir uns in den Nomad. Fuck! Oh, yeah! Oh, nice, nice! Ja, nicht schlecht. So, wo geht's jetzt hin? Das ist was? Ah, das ist eine Schnellreise. Erinnerungsauslöser. Dort kann ich hin. Aha! Das sind mal meine weiteren Aufgaben. Cool. Okay, gehen wir zuerst mal zur Nomad. Da hin. Der Nomad sollte problemlos laufen, aber prüfen Sie vor- und rückwärts, okay? Ja, läuft doch. Perfekt. So. Wie das? So. 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 Partfinder, das ist die Stelle, wo Sie Nigel McCoys Anhänger ablegen sollen. Zu Ehren seines Bruders, Dash McCoy. Okay. Erinnerungsauslöser. Erster Mörder, wollen wir hierher? Nein, wir gehen zum Wegpunkt. Ich kann hier die Ebene auch auswählen.